So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together, altes Live. Ich sehe gerade schon, noch 45 Minuten haben wir. Wir wollen heute mal diese Figuren-Tour machen. Das ist etwas sehr komplizierter, als man denkt. Ja, T.J. ist jetzt auch drin. T.J. und Sebastian sind bei mir. Wir sind heute wieder... Oh, wie hat das da kaputt gemacht? Ne, wie doch nicht. Wir sind heute wieder als Zivilisten unterwegs. Hier seht ihr mal den schönen Kavala-Mark. Habt ihr ja schon in den Polizeifolgen gesehen, wie der sich jetzt hier verändert hat. Wir machen die Figuren-Tour. Das bedeutet, wir gehen jetzt Figuren sammeln, danach muss man Kokain sammeln, dann die Figuren befüllen mit dem Kokain und dann die beim Drogendealer verkaufen. Das ist also eine riesen Tour, die wir hier vorhanden. Für 45 Minuten ist das sehr knapp. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen, wenn nicht machen wir es ein andermal. Wir werden es auch nicht machen... Warte, der lebt nicht da vorne. Ja, wir werden es auch nicht machen mit 10.000... Oh. Ja, da kommt ein Samark angeflogen, ja. Wir werden es auch nicht machen mit 3.000... ...eigenen Kompressen, sondern nur einen einzigen Tempest. Wir machen, dass das reicht an der Stelle. So, dazu gehen wir jetzt hier hin und füllen uns schnell mit den Figuren. Das ging, glaube ich, ganz schnell. Wir werden mal gucken, wie schnell es wirklich geht. Figuren muss man suchen. Man braucht gar keine Spitzsacke an der Stelle. Das ist doch dumm. So weiß doch eigentlich jeder, was wir jetzt machen. Na klar, auch die Polizei weiß das. Das ist doch behindert. Aber noch kann sie nichts machen. Ich glaube nicht, dass die Figuren illegal sind. Die Figuren nicht, nur die befüllten Figuren sind am Ende illegal. Richtig, richtig. Die Figuren sind immer direkt 10. Äh, die haben ein Gewicht von 10 Stück. Äh? Ich kann schon mal markieren, dann haben wir es mal zum Kokafeld hoch. Das ist natürlich echt eine Tour. Wie viel Kokain müssen wir denn sammeln? Das ist hier die Frage jetzt. Wir müssen es ja nicht voll machen. Hm, was macht der denn hier? Oh, immer in der Selfie. Das weiß ich auch nicht. Ach. Vor allem ist das so eine Sache. Dann können wir gar nicht das Ding hier voll machen. Auch schon wieder in die falsche Richtung umgedreht. Dann können wir gar nicht, wir können die Dings gar nicht voll machen, weil wir gar nicht wissen, wie das Verhältnis ist. Ja, das haben wir schon gerade gesagt. Wir hören auf, wir haben das Ding hier schon voll. Zur Hälfte. Okay. Ja, dann noch ganz kurz. Jeder kann ja nochmal mitnehmen, was er hat und dann nehmen wir einfach den Rest Kokaibel und dann gucken wir mal, wie die Mischung da ist. Wir haben die Tour selber noch nicht gemacht. Da seid ihr ja alle schon drin, ne? Ja. Hatice? Nein, ich sammle doch noch. Du brauchst nicht mehr. Wir sind voll. Wir sind jetzt schon über die Hälfte. Aber ich kann doch für mich selbst noch haben. Bitte? Ja, ist egal. Hatice ist immer noch gesund. Und? Tim, du hast mir weh getan. Ich hab dich nicht gesehen. So, da wollen wir mal hoffen, dass uns jetzt keine Polizei gesehen hat. Ja, und ein riesen Problem wird natürlich sein am Ende. Am besten bringen wir sie zum Drogendealer. Bringt man diese Figuren zum Drogendealer? Koksfiguren werden da ja raus. Keine Ahnung. Ich guck mal gleich. Oh oh. Das war knapp. Wie fahren hinter uns her? Ja. Oh, langsam nervt's Leute. Figuren? Wir reden von Madame Tussaud, ok? Ja, genau. Hatice bleibt mal drin. Vielleicht sehen die dich nicht. Holst dann die Waffe? Na ja, ist schon. Schönen guten Tag, Herr Invictus. Schönen guten Tag, Herr Draw. Kennen wir nicht? Wo geht's denn hin? Äh, wir sind unterwegs hier in Richtung Quartiere. Also die Hauptstraße, hier müsst ihr eigentlich einen Ratierer führen. Ich guck mal eben. Ja, das stimmt. Ja, bitte. Ja, die Hauptstraße geht hier in den Ratierer. Da hab ich ein Gefühl für. Könnte die dritte Person mal auch bitte irgendwo hinten rauskommen? Hey, dritte Person, komm mal bitte raus. Ach, die Tür auf. Ja, vergleichen die Wagen aufzumachen, aber mehr oder weniger mein Problem, ja. Irgendwie heute alles am explodieren, haben Sie auch das Gefühl? Ja, ihr habt das Gefühl, da hinten fliegt ein Samarka war. Hallo, ich bin krank, deswegen, Entschuldigung. Deswegen wollten wir sie eigentlich im Wagen sitzen lassen, jetzt hier bei der brütenden Hitze ist für eine Erkältung überhaupt nicht gut, ja? Das haben sie dann zu verantworten an der Stelle, oder sie machen es schnell. Bleiben sie im Schatten stehen. Okay. Ja, aber diese Luft ist trotzdem warm, Herr Uberschlau-Dor. Wir werden uns verheillen. Alter. Die kenne ich, die machen coole Sachen. Ja klar, könnt ihr machen, ja. Herr Invictus, haben Sie da gerade an meinem Pupu was geguckt? Oh, das ist kalt. Aber Herr Invictus, normalerweise ist es doch so, dass Sie uns belehren müssen, dass Sie uns gleich kontrollieren werden und dann nehmen Sie mich fest, oder vertue ich mich da? Ja, das hat doch der Kollege gerade gesagt, oder? Das hat er aber zum Herrn John Lord gesagt, nicht zu mir an der Stelle. Ich bin so ein kleiner Genauigkeitsfanatiker, wissen Sie? Achso, ja, ja, dann sage ich Ihnen das jetzt. Ich würde Sie gerne sagen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben Sie ein Problem. Aber ich sehe ja gerade, Ihr Kollege ist ein Rotkäppchen. Herr Draw, Sie müssen das in die gesamte Runde sagen. Das reicht nicht, wenn Sie es einem sagen, ja? Oh, das tut mir leid. Hier wurde gerade alles durcheinander gesprochen. Ich habe das nicht gehört. Also, naja, das kann ja passieren. Ne, ich bin da auch nicht schlimm. Ich werde da jetzt auch keine Anzeige oder so jetzt machen. Tut mir leid wegen der Unernährlichkeit. Herr Draw, Entschuldigung, Ihr Hosenstall ist offen, ja? Mir irgendwie geht es nicht so gut. Ich habe Schüttelfrost. Herr Draw, Sie haben es immer noch nicht bemerkt, aber Ihr Hosenstall ist offen und im Sonnenlicht glänzt das Ganze in meine Richtung gerade. Ich habe es vernommen. Herr Donny, ich habe es vernommen. Dann tun Sie was. Aber er mag es luftig anscheinend. Außer Sie sehen es so wie ich, es ist verdammt warm. Ja, dankeschön. Und das heißt, euch beide kriege ich jetzt am Schluss, oder was? Ich habe eine Kackhaltung da hinten. Was mit dem Hosenstall habe ich jetzt einfach mal nicht gehört. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wieso? Was haben Sie da mal nicht gehört? Wenn ich Sie darauf hinweise, dass es Ihr Hosenstall offen ist, empfinden Sie das direkt als Beleidigung? Jetzt sehen Sie mir bloß, dass Schokolade im Gesicht habt, da drehe ich durch, ja? Das haben wir schon merkwürdig auf, was Sie achten, Herr Donny. Ach, und Sie sind ein bisschen schwulenfeindlich oder so. Eigentlich sind Sie ja ganz hübsch, ja? Ein bisschen homophob ist man ja immer. Ist ein Mann mit Doppel-N immer, ne? Ey, hör mal auf, vielleicht ist es so ein Obernazi. Wobei Ihr Kollege, Herr Don... Ja, wir sehen wie Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ne? Ja, cool. Tittenhof ist nächstes Mal nicht direkt hier im Buschparken, ja? Weil, man will ja auch einlegen, dass die Natur hier gefördert wird. Das war eher sowas, der Kategorie, so machen wir es nicht. Das Gute ist, es hat keiner gesehen. Haben Sie sich schon mal all die Fahne geschaut? Hier ist alles tot, was rumsteht. Hier lebt nichts. Man darf sowas nicht zu laut sagen. Das ist sogar die Mösen am Ohr. Ja, wissen Sie was, ich mach jetzt mal Folgendes. Ich weiß ja nicht, ich bin ja so ein Genauigkeitsanhaltiger. Ich gucke mal eben mein Smartphone raus. Ja, genau, stellen Sie sich noch davor. Dankeschön, da habe ich mir jetzt so ein schönes Bild gemacht. Dann kann ich das mal einfach mal, wenn man wieder Evaluierung ist, das mal an den Polizeipräsidenten schicken und sagen, hier, Ihre Jungs, immer auf dem Grün gelandet, ja? Mal ein paar, ja? Dankeschön dafür, so, dann müssen wir jetzt auch weiter. Sehr echt super. Ich würde sagen, sie fahren als Erstes raus. further Ey, die Bearいうこと, überfordere die doch nicht. Du überforderst die da, das Rohkippschen. Nicht jeder kann... Bam! Er ist gegen uns geknallt. Nicht jeder kann RP. Das mit dem Hustscher habe ich überhört. Ja, alles klar. Gut, dann müssen wir uns jetzt noch mehr beeilen. Sieben Kilometer bis nach oben. Ich bin auch schon echt überlegen, wie wir das hinbekommen. Aber wäre gut, wir geben Gas. Kokain-Falben, ne? Ich wundere, dass die nichts gesagt haben zu den Figuren. Gar nicht. Weil die legal sind, erstmal. Hä? Erstmal. Aber man kann ja drauf ansprechen, was wir denn vorhaben. Ja, da hätten sie jetzt irgendwie was machen oder was. Ja gut, die Figuren sehen sie ja nicht. Sie erfahren ja nur, dass wir legal unterwegs sind. Das ist ja auch das Gute an der Stelle. Ah, wir sehen gleich, was wir drin haben. Nein. Hast du schon die Polizeiausbildung mit uns gemacht? Ja. Aber ich habe nicht in den Rucksack reingeguckt. So weit bin ich noch nicht. Also, ich habe das schon so oft gemacht und du siehst immer nur, wenn jemand was Illegales gemacht hat. Ja. Hey, dann würde mich gerne jemand entfernen. Kein Hahn. Würde Sni Donny gerne entfernen. Warum? Wer ist das? Wollte ich nicht. Könnte einer gleich mal auf die Karte gucken und mir sagen, wo ich dann gleich genau fahren soll? Wie lange? Hey. Was? Wenn die weitermachen, lasse ich die... Die wissen schon. Weißt du, wer du bist? Oh, jetzt wehrt sich der Server dagegen. Die DF-Leute. Sebastian, wo muss ich da nicht langfahren, damit ich da hochkomme? Muss ich jetzt hier gleich abbiegen oder nicht? Ah, wie süß, ey. Der ist super süß. Kahnahn. Wir wollen zum Coca. Ja, Coca-Feld. Dann würde ich sagen, fahr mal noch, fahr mal noch. Noch. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen doch noch da oben, Coca-Feld. Ich weiß. Aber wenn wir jetzt hier links fahren, dann kommen wir doch zum Autohändler. Stimmt, das ist das neue Coca-Feld. Das ist doch weiter oben noch. Können wir doch gerade auch so weiter fahren und dann da hinten da. Bei DP11 hoch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sorry, ich bin einfach nicht anwesend. Ja, Rudi, wir können auch hier, eigentlich ist scheißegal. Du sagst einfach, was du magst. Fahr einfach gerade aus. Du bist ja nicht zu offensichtlich zum Coca-Feld. Nur woher wussten die, dass eine dritte Person da ist? Ja, die sehen das doch am Namen. Ja, aber die sehen eigentlich nur den Fahrer. Ja, nicht nur den Fahrer. Ne, wenn da jemand sitzt, dann sieht man doch noch trotzdem den Namen oder nicht. Müssen wir mal überprüfen. Oder die sind einfach davon ausgegangen, das sind die Snay-Jungs. Ja. Mädels. Mach mal ein Side-Chat an, dann gibt es gleich Krieg. Ne? Im Side-Chat gibt es gleich Krieg. Oh. 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 Was ist denn gesagt worden? Bauleiten. Ja, ich habe geschrieben, keine Beleidigungen bitte. Also voll nett, voll so. Und da, wo wir früher mal zum Kupferfahrer-Doo gefahren sind, da fahren wir dann hoch, ne? Ja. Kupferhändler. Ja. Wir müssen uns 30 Minuten schon, ey. Fuck. Ey, das kriegen wir fast... Ich glaube gar nicht, dass wir das hinkriegen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Seid immer optimistisch. Ja, wir müssen uns irgendeinen Plan ausdenken, dass wir in Artira oder so irgendeinen von uns loslassen und der mit dem Hedi kommt. Mit dem Orca. Und wir dann den Rest mit dem Orca machen. Damit wir dann zum Schmudi-Berd fliegen oder so. Hier müssen wir gleich hoch, oder wo müssen wir nochmal hoch? Ja, hoch. Hier jetzt? Ne, weiter. Ja, 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 ja. Doch, ja, jetzt. Jetzt hoch. Genau. Fass ins Haus hier reingerast. Ja, eigentlich ist nur noch die Straße in der. Ja, aber es ist leider so eine Straße. Wir sind 4,5 Kilometer weg. Ja, das ist echt nass. Ja, passt schon, passt schon. Ja, meine Idee wäre in Artira, wir fahren ja einen Koksbefüller da, Figurenbefüller hin, ist ja von Artira aus einen losschicken, der sein Orca holt. Wir gucken, wie groß diese Dinger sind und fliegen die dann einfach schnell. Ja. Über die Checkpoint. Da müssen wir nicht den langen Weg machen zum Schmudi-Berd runter. Sonst habe ich ja keinen Drogenlider mehr in der Nähe, oder? Ähm... Da oben nicht. Okay. Was ist das da oben? Heroinverarbeitung. Oh mein Nacken. Ich bin sehr langsam unterwegs. Vor allem hier das. Ich fahre mit 35 hier lang. Na gut, halt mit dem Tempest, ne. Oh, da hat er eigentlich Power und seine... Na gar nicht. Warum ist er so langsam? Schafft er es so? Schafft er es? Ja... Alter Verwalter. Äh, wenn wir den Ixorn fragen, weil du grad mit ihm schreibst, ob der schnell Hedi organisieren könnte, dann könnten wir uns helfen lassen an der Stelle hier. Und zeigen, dass man es mit dem Hedi ihn noch schaffen könnte. Hättest du da Lust zu? Frag mal, ob er nen Orca hat. Vielleicht, weil der Ixorn grad mit ihr schreibt, weißt du? Okay. Und der ist so alleine und würde gern mit uns mitmachen. Alter, du hast fast nen Hasen überfahren. Den ich nicht sehe. Wir bräuchten unbedingt beim Figurenbefüller nen Heli, als wir auf nen Heli aufspringen können. Wo gehts jetzt weiter für mich Sebastian? Einfach geradeaus oder was? Ja, und dann die Hauptstraße rechts. Und dann? Wo ist hier gar nicht auf der Hauptstraße? Irgendwie schon auf der Hauptstraße. Ich bin auch gar nicht auf der Hauptstraße, ne? Nee. Warte jetzt aber. Ja, genau. Hätte er einfach geradeaus fahren können. Ja. Er ist da rechts und dann wieder links. Ja, jetzt ist es noch geiler. Und dann liegt. Einfach die Straße weiter. Einfach die Straße weiter. Dann kommt da vorne ne Kreuzung. Und dann musst du... Uteren oder oberen? Links. Links. Er hat nen Hummingbird. Ups. Scheiße. Du musst kurz ran, Mama. Wer? Mama. Ja? Nix. Ich zocke. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Alter. Da kann er auch nicht fahren, ey. Bald ränke ich mal oben. Mann, 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 Mann. Du bist eben in der Aufnahme am Telefonieren. Geh woanders hin. Das ist eine Idee, die sie gerade hat. Steh auf, geh woanders hin. Ja, bald. Ich höre nichts. Ja, aber alle, die... Wir nehmen gerade auf, Mama. Wir nehmen gerade auf, Mama. Der neue Nils ist geboren, ey. Nein. Sag deiner Mutter, dass du auflegen musst, weil wir brauchen jemanden. Kannst du ja schon mal den Weg gleich...